Guten Tag, Hallo! Servus? Na? Wie geht's? Alles klar? Alles klar, wo geht's denn hin? Wart ihr gerade in Kamishovo? Ne, oder? Wir kommen jetzt gerade auf die Elektro. Ah, okay. Ich würde aufpassen, dort sind es 4-5 Leute. Ich bin dort gerade gespawnt, jetzt wurde es direkt abgeballert. Ja, aber nice, die können doch eh nix. Also, das ist X... XS Barrow und Ragnarich. Ja, warte, dann kommen wir mit. Ich renne mal zu meiner Leiche, ob ich die krieg oder ich komme mit euch mit WV. Ja, warte. Du kannst ja unser Spotter sein. Du kannst ein bisschen spotten gehen, sowas, ne? Ich brauche eine Waffe? Mann, ich habe jetzt keine Waffe. Nee. Okay, danke. Hier, bitteschön. Also, ich kann es euch... Ich bin mit einem TS im... Beste Waffe, EU. ...ein Kollege im TS, der ist gerade... ...Kolleg von mir, der ist... Die Ambrust liegt nicht auf dem Boden. Ist die weggeglich? Natürlich. Boah, Patrick schon ganz heiß und rennt vor, oder was? Ja, Kamisho, wie abgeballert, was? Kill on site, oder was? Bin ich dabei. Da kommt schon einer. Stopp, Kontrolle. Woher kommen sie gerade? Stopp, Kontrolle. Woher kommen sie gerade? Stopp, Kontrolle. Aus Kambiwobo. Wir haben gehört, da soll es... Was geht da ab in Kambiwobo? ...Ärger geben. Wo? Was soll es da geben? Ärger. Ärger? Stimmt das? Ärger? Die Leute, die haben mich aus der Stadt rausge... Ach, interessant. Ja, möchtest du mitkommen? Wieder nach Kangisho? Lass mal alles da reingehen und für Frieden sorgen. Auf friedlichem Wege. Frieden? Lass es mal nicht rennen, bitte. Dass die uns sehen, finde ich. Dass die nicht sofort Angst haben und schießen. Ja, außerdem zittert man da nicht so hart, ne? Meiner schon. Ja, genau, das stimmt auch schon. Ah, ich würde schon irgendwie treffen, falls es mal dazu kommen wird. Sind wir das A-Team-Metz oder was? Also Jungs, Hauptstraße, linke Seite. Wird mein Kollege von denen befragt. Es sind mehrere Leute. Sollte gerade am Anfang sein. Boah, Zitter des Todes, ey. Krass. Wird das überfallen oder was ist das genau für diese Befragung? Also, ich weiß nicht. Er ist auch... Also er hat keinen Loot oder so. Und ich weiß nicht, was die genau die Fragen ihm irgendwelche sagen. Auf jeden Fall weiß ich nur, es waren drei Leute von mir dort. Die wurden überfallen. Dann haben sie Kürbens Schusswechseljahrt. Habe ich davon mitbekommen. Habe mich eingeloggt. Aber das war vor der Burg. Hallo. Unter der Burg, unten am Hügel. Und ich hatte nichts mit dem Wallface zu tun. Ja, was denn? Ja, lass mal ein bisschen zusammenbleiben hier. Ja, ja. Ich geh einfach rein. Ich geh einfach rein. Ich geh einfach rein. Ich kenn dich. Weil er kennt dich schon. Hat mir vielleicht jemand noch von euch was zu essen oder trinken, bevor wir hingehen? Ne, leider. Ich glaube kaum, dass du ein Leben draus kommen wirst. Daher wäre das nur Verschwendung. Okay, Jungs. Wir sind immer noch dort in der Nähe vom Hauptstraße. Von? Gar nicht. Wo in der Nähe? Das muss gerade vorne an der Hauptstraße auf der linken Seite sein. Okay. Ja, dann gehen wir mal auf die Hauptstraße. Also meine Atme sitzt schon wieder stark. Links von der Hauptstraße soll ein Haus sein. Da wird wohl gerade irgendwer von seinen Leuten befragt. Von wem auch immer. Weiter in der Mitte. Das ist nicht direkt am Anfang. Weiter in der Mitte in dem Haus. Ah. Okay. Also wenn du so läufst, kannst du gleich zielen, Luzi. Bei mir geht das zumindest. Der mit dem Roten. Gehört der zu uns? Ne. Das ist komplett aus der Atem bei mir. Der gehört zu uns, der ist okay, ja. Also der gehört jetzt nicht direkt zu uns, aber der ist trotzdem okay. Im Sinne von, ihr wisst schon. Friendly. Was okay bedeutet. So Jungs, dann werde ich mich mal hier auf den Felsen begehen. Begeben. Und dann runter snipern. Okay Patrick, dann gehen wir rein. Wo er das eher Patrick machen sollte, weil meiner zittert halt noch. Okay. Hab alles im Blick, die komplette Hauptstraße. Bist du gemutet, Patrick? Nee. Alles gut. Wer ist denn da hinter der Bushaltestelle? Links unten, Alter. Ja, ich sehe es gerade. Was ist links unten? Oh. Ja, aber wo sind die denn jetzt in welchem Haus? Ich weiß nicht. Einer ist hinter der Bushaltestelle. Bist du das, Patrick? Nee. Daniel? Kannst du jetzt reingehen? Da. Irgendwie hat er doch weniger Ahnung, als er vorgibt. Ach, da seid ihr. Hinter dieser großen Lagerhalle, bei der er gerade hingeht, ist da wieder bei der Bushaltestelle direkt einer. Ja. Warte, ihr seht ihn schon, ne? Sieht aus wie Basler. Und einer auf der Hauptstraße snipet auf Basler, glaub. Er zielt da drauf. Und rennt jetzt weg. Oh, Alter, wie meiner zittert. Was ist mit dem los? Ist der bescheuert? Es ist Sommer. Gehen wir auf die Hauptstraße. Da rennt einer. Ja, hier rennen ganz viele rum. Okay. Wie ist die Lage? Okay, ja. Ähm. Der NW hat wahrscheinlich scheiße gelabert. Ach so. Na, ist der Standard mittlerweile, ne? Dass jeder scheiße labert. Stehen sie da wieder rum und reden, ne? Ja, ich will wissen, was das von euch soll. Warum ihr ohne irgendeine Einleitung von der Wall Street passiert. Bist du auf dem Berg gespawnt? 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 Ja, unten bei der Burg. Vielleicht 30 Meter von der Burg unten. Bist du gespawnt? Bist du auf dem Berg gespawnt? Bist du auf dem Berg gespawnt? Bist du auf dem Berg gespawnt? Was ist denn der hier? Warum wird man da abgeschossen? Basler. Bist du nicht mich fragen. Ich hab nicht geschossen. Aber wer von euch hat geschossen? Einer war das. Und das kann man auch auf dem Video sehen, dass du hochladen wirst. Falls du dich distraust, nicht bist dann hochzuladen. Da will ich wissen, wer von euch geschossen hat, einfach so. Wie gesagt, ich war nicht da oben. Ich hab's nicht gesehen. Ja, aber einer von dir ist ja mit dem TS und er hat's gesagt. Und das ist auch auf dem Video, wo du alle aufnimmst zu sehen. Alles. Was ist denn jetzt das Problem? Also was möchtest du denn jetzt? Oder was ist dein Anliegen von der Gruppe hier? Warum ihr mich jetzt durch KOS erschossen habt. Dass ihr gegen die anderen von uns, dass ihr ein Battle gegen die habt, dass ihr einen Schusswechsel habt. Das weiß ich ja. Da sag ich ja nichts dagegen. Aber dass ich frisch gespawnt bin, mich nicht mal bewege im Wald, weil ich gerade gespawnt bin und abgeschossen werde, finde ich einfach eine Frechheit. Das hat nichts hier mit Friendly Desert Regeln zu tun oder irgendwas. Und das ist auch auf dem Video zu sehen. Und ihr wisst, ich weiß auch, dass Basler alle Videos aufnimmt. Auch wenn es eine Spawne gibt. Also warte mal. Du beschwerst dich jetzt gerade, dass du als Bambi gespawnt bist. Nichts verloren hast, außer 30 Sekunden deiner Kurzbahnlebenszeit. Nein, nicht als Bambi. Ich bin als Full Equipped Spieler unter der Burg gespawnt und hab mich noch nicht mal bewegt und wurde abgeschossen. Au, das ist natürlich ärgerlich. Dann bist du wahrscheinlich zur falschen Zeit am falschen Ort gespawnt. Ja, dann war hier wahrscheinlich gerade irgendein Gefecht. Ja, dann ist das halt nun mal so, das passiert. Warum irgendein Gefecht? Ich weiß, dass es einer von euch war. Wir sind gerade mit dir hier reingelaufen. Sprich mit Basler nicht. Nein, 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 nein. Dein Kollege wird auch gleich tot sein. Mr. Smith und Basler, ihr wart ja schon hier, das weiß ich. Wer will was zu essen? Ja, da oben ist ja noch ein Sniper von ihm, aber der Server wird eh gleich weg sein. Wer will was zu essen? Der, der hier gefesselt ist. Ich will essen. Ja, mal kurz out of RP, ne? Wenn der Handcuff bleibt, wenn der Server gleich neu startet, ist er tot, das wisst ihr, ne? Ich kann ihn aber, ich kann ihm die Handcuffs nicht abnehmen. Das geht irgendwie nicht. Ach so, okay. Ich mach's jetzt selber ab, warte mal. Ich mach's jetzt selber ab, warte mal. Ich mach's jetzt selber ab, warte mal. Ah ja, jetzt geht's, warte. Selber, so, jetzt. Okay, du bist auch schon ein NW-Clan, das ist nicht ganz kontaktisch, aber auch kein Unmensch. ein Splint für mich zu machen. Bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Ja, bei mir eben auch nicht. Ne, bei mir auch nicht. Aber besteht eigentlich die Hälfte der Zeit hier nur aus Namen checken, oder was? Das ist los mit euch. Ja. Ja, macht doch mal Action. Stimmt eigentlich nicht, alle checken dauernd die Namen. Jungs, aber ich will jetzt echt mal von euch wissen, wie das ist mit dem immer nur schießen. Nicht mal Rollplayen, nicht mal reden, etc. Ja, guck mich nicht an, wir sind gerade erst mit dir hier reingelaufen. Ja. Also wer, der ist jetzt von euch hier gerade reingelaufen, der kommt mal bitte kurz auf die Straße, weil ich muss wissen. Nö. Ich möchte gerne lieber Namen wissen, dass ich den Namen hab. Nö. Da und er. Und er da hinten. Ich verweck gleich, weil du sitzt da. Er da hinten ist auch gerade mit dem Flücke. Der mit dem schwarzen Rucksack ist nicht bei euch liegen. Wenn ich dir etwas hinlege, dann hat's das nach einem Server-Restand eh nicht. Ne. Okay, und wer seid ihr? Ja, das sind jetzt alle von dem MW-Clan. Ne, wir sind nicht alle von dem MW-Clan. Ne, wir sind nicht alle von dem MW-Clan. Ja, aber gleich nicht mehr. Hier. Dann hab ich dir auch nie in die Fresse gehauen. Warte mal. Dann hab ich dir jetzt auch nicht ins Gesicht geschossen. Bäm. Er würde so gern abdrücken, ne? Ja. Ich wünschte mir so, er würde dann daneben schießen, dann würde ich ihn geholen. Ja, jetzt. Und jetzt hier? Ja, die verfolgen ihn gerade weiter Richtung Norden. Wer warst du nochmal mit dem roten Rucksack? GSE12. Alles okay mit dir? Brauchst du irgendwas? Ja, was heißt passt irgendwas? Ich hab noch ein bisschen Essen gedroppt, falls jemand will. Ja, gerne. Flamara? Ja. Bist du grad von Elektro nach Kami gekommen? Ja. Okay. Das fragst du aber ganz schön oft, ne? Meine Beine sind gebrochen, deswegen kann ich nicht oft. Schon gut. Eigentlich sind es zu viele, sorry. Aber ich kann mich noch rumrollen hier. Dann mach ich euch auch fertig. Ja, geil. Hammer geil, Mann. Seid ihr eigentlich noch da? Ja, klar. Ja. Sollen wir dann hier Schluss machen? Der Server ist wahrscheinlich eh weg jetzt in dem Moment. Das lummert, ja genau. Ich mein, inhaltlich lummert das jetzt auch so vor sich hin hier. Ich weiß auch nicht, wie es keiner darin interessiert, dass das RP hier weitergeht. Alle machen irgendwas. Und dann schalten wir gleich mal wieder rein, wenn hier noch was passiert. Genau. Bis dann. Tschö. Tschö.